Das ist der Highscore momentan. Aber ich versuche den Rekord zu knacken. Caro Murat bei mir, Europameister. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Man sieht immer, wenn Boxer an so einer Maschine vorbeilaufen, das ist so ein bisschen so ein Blitzen auch in den Augen. Man will es dann mal probieren, oder? Natürlich, man will immer zeigen, was man drauf hat. Und dann schlägt man zu. Und jetzt haben wir hier die Zahl 934. Das ist der Highscore momentan von Arthur Abraham. Den gilt es jetzt zu schlagen. Aber ich versuche den Rekord zu knacken jetzt. Das schauen wir uns an. Viel Glück, viel Erfolg. Mit 914 ganz schön nah dran. Gutes Ergebnis. Mal tief durchatmen und dann... Ich zur Seite. Also es klang auf jeden Fall so, als ob es härter war. Aber die Maschine sagt, ein bisschen weniger. Einmal hast du noch. Es bleibt festzuhalten, Arthur, der Abrahama hat ganz schön zugehauen. Also ist immer noch ein bisschen höher. Es sind aber alles Schläge, die man lieber nicht abhaben möchte. Danke dafür. Auf die 12. Wir sind Boxen. Dankeschön. Caro Murat. zugespary und eine neue Menge. Noch das, was wirulen, wochen so Herr Puck mal jetzt.